Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Single Orakel Es gibt keine Legung für alle Menschen, die alleine sind. Denn jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch befindet sich in einer anderen Lebenssituation und das sollte man auch individuell, maßgeschnitten, auslegen oder astrologisch berechnen. Es gibt einen wichtigen kosmischen Gesetz und das würde ich für jede Alleinstehende empfehlen. Und das ist die Gesetz, die Anziehungskraft. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Und das gilt auch für die Liebe. Und das ist unserem eigenen Energiefeld und das besteht aus Denken und Fühlen. Noch ein Hinweis, was auch hilft. Nicht suchen. Das gilt besonders die Damen. Sondern die Zeitqualität nützen und richtigen Augenblick im richtigen Ort zu sein, ohne Erwartungen, sondern absolut frei und selbst. Wenn diese Augenblicke, diese Möglichkeiten bestehen im Leben und es sind Chancen und die Liebe kommt von alleine, dann ist es auch die Richtige, was ich als Komplementärseele bezeichne. Komplementärseele kommt von Latein, dieses Begriff und bedeutet übersetzt Ergänzung, Erfüllung. Und so soll das auch sein. Ich sage noch dazu, das ist auch die Befreiung. Wann haben Sie diese Momente und wo ist das Ort, diese Chancen? Das kann ich Ihnen astrologisch berechnen. Ich kann auch in Karten nachschauen, die Zeitqualität. Beide Möglichkeit steht offen. Und das können Sie als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert ein Blitzberatung und was kostet es? Sie schreiben mir ein E-Mail bitte dazu. Schreiben Sie sind alleine und wünschen eine Partnerschaft. Ich gebe die richtigen Augenblicke, die Zeitpunkt, die Zeitqualität. Aber ich beschreibe auch die Ort. Und das sind die Chancen in unserem Leben. Und diese Chancen sollen wir auch bewusst wahrnehmen. Pro Termin. Mit Ortbeschreibung natürlich kostet 10 Euro. Und diese E-Mails beantworte ich persönlich blitzschnell. Nicht vergessen, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.